Oh, 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 what's perfect? Brand new whip just hopped that bitch just hopped that, I got options, I can pass that bitch like Stockton. Hi, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Es ist Freitag, heute kommt Mehdi, Rohat, aka Azusa, morgen kommt Willi, also dieses Wochenende wird wild. Drei neue, wilde, neue Zugänge kommen nach Berlin, wir müssen uns natürlich auch unterstützen. Rohat und Mehdi schlafen beide bei mir, ich wünsche den beiden einen guten Aufenthalt, haben leider nicht viel zu essen, die haben nicht Vollpension gebucht. Nur Übernachtung haben die gebucht, mehr gibt es auch nicht bei mir im Angebot. Um Essen müssen sie sich selber kümmern, auf jeden Fall fahre ich jetzt nach Hause zu mir, hab gerade mein Kabel geholt für meine Cam, weil ich es sonst nicht tun kann. Marlon ist schon bei mir zu Hause, Elli ist schon bei mir zu Hause und ja, und nach Bundesliga, mal schauen, was die Abend so bringt, hey, mal schauen, was die Abend so bringt. Mal gucken, ob was die Jungs so Lust haben, ob die heute schon genug Durst haben, ob die heute schon gut gelaunt sind. Ah, übrigens, nächstes Video wird sein, oder übernächstes Video, keine Ahnung, auf jeden Fall nächste Woche gehst du zum Lil TJ Konzert, Lil TJ mit Marlon, Jessic und Jordan. Das wird sein nächster Vlog, dann könnt ihr euch drauf freuen, ich freu mich auch schon. Und darauf die Woche kommt meine neue Autofarbe. Also ich lass mein Auto neu folieren, ihr könnt gerne raten, was für eine Farbe wird, mir kommt sowieso nicht drauf, wird auf jeden Fall wild. Also deswegen, lass auf jeden Fall ein Abo da, check die nächsten Videos ab, check die letzten Videos ab, Vlogs sind zeitlos, man kann die immer angucken, cool. Auf jeden Fall, lass ein Like, lass ein Abo da, ciao. So, wir sind jetzt am Stream, und dabei ist mein kleiner, äh, Domann, nein, Domann. Willi ruft an. Nee, die ist jetzt da, eingecheckt im Hotel Set Night. Mit uns steht auch Elli, ein bisschen Cola Zero trinken, ein bisschen vorbereiten. Und dann schauen wir mal, was der Abend so bringt, hä? Wir spielen. Wir spielen. Wie heißt das nochmal? Ich bin ich. Iiiiiiii. Was willst du, Alter? Nee, man, man. Ey, du komm vorbei, Mann. Mit Honig, Leute. Ich darf nicht hingucken. Leute, ich bin das hier. Äh, ja. So. Zwei? Was? Zwei? Zwei, 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 zwei. Äh, zwei, zwei, drei, 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 drei. Sie. Wie sind das denn hier? Der Vlog? Tschüssi. Ich will doch Fleisch mit Nasen noch essen. Tschüssi. Tschüssi. Äh, zu böse. Miau, 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 miau. Ja, ne, nächstes Mal. Sipi, guten Appetit. No, es ist nur die, ja. So, sehr, guten Appetit. Willi. Tschüss. Hast du Gurken auf den Weg? Nee, da geh mir nicht auf den Sack, Alter. Überall bacon, ja. Ja, bitte, ja. Ich will einfach kein Schwein haben, ja. Feedback. Super. Cool, ne? Wie schmeckt der Burger von ihm? Ja, gib Safari ein. Ganz recht. Ich hoffe, der Junge ist nur zu fitnessstücken da. Was sagst du jetzt? Where is the Burger off? Das nennt man Donoward auf Twitch. Und da haben die Glück gehabt hier. Gehen nicht rum. Wie du mit dem Leben magens. Pommes. Und mit Sieg Lille. JP, auch mal direkt einen Tanz raushauen. Auch mal direkt deinen Tanz raushauen. Nee, 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 das ist er nicht. Das ist aber nicht dein Tanz. Ich kenne das von jemandem. Yeah. Wir gehen ein bisschen Michael Jack spielen. Was ist das? Was ist das? Blackjack. Ich spiele nicht, ich spiele nicht. Er hat davor seine ganzen Taktiken gesagt. Ich wünsche euch allen viel Glück, Jungs. Ich euch auch. Ich euch auch, Alter. Ich sag, alle mit 5000 Euro rauskommt. Ich hoffe, erster Hand Blackjack. Ich dachte, du spielst nicht. Ja, also für Medi jetzt. Natürlich läuft ganz vorne unser OG. Unser Feed Mississippi läuft vorne ran. Ich hab vorher Bescheid gesagt. Ich bin, die platzen jetzt da. Platz kommt heute. Sosa, Tony und ich. Toast auch da, Toast. Sosa hat wieder Reunion. Mit dem Blatt. Bei mir? Performance weiß ich nicht, Jack. Weiß ich nicht, ob es gut war oder ob es schlecht war. Liegmäßig, sag ich mal. Ich bin im Loch. Genug um den heißen Brei geredet. Jetzt ab in den Club. Weiß ich nicht. Noch nie so einen leeren Club gesehen. Die will mir was erzählen. Markus Reshot trifft und Sieg. Ich frag ihn nach einem Sape-Tipp. Er sagt sowas. Guck mal, Markus, guck mal. Markus ist wieder zurück. Äh, nein. Haja. Miri mit Jani am Schlafen. Morgen Rashford, Tor, Manusieg. Morgen Hoka, Tor, Mainz Sieg. 4.45 Uhr. Man denkt irgendwie, dass es verspät ist, aber ich bin einfach früher als sonst im Bad Lul. Noch ein bisschen Naruto. Fang jetzt endlich an. Hi, Willi. Schönen Grüße. Ich wünsche mir Glück. Ich bin in drei Jahren und fertig. Oh, tippisch. Ihr wisst doch, diese Funktion. Wo wird man das Kabel so? Man drückt hier so und dann geht das Kabel rein. Aber das hat es irgendwie nicht. Jetzt hofft man es reinschieben muss. Ja, jesig. Coole Haare erstens. Jetzt freust du dich. Er ist ganz so stolz. Seidens. Weißt du, wie das geht? Ja, mach raus einfach. Zieh noch. Hä? Hä? Man hat das Abitur. Man merkt es immer wieder. Nee. Bache Abitur, abgebrochen. 1 bis 1. Das ist egal. Bache Abitur, der ist schlau. Nee, Bache Abitur, abgebrochen. Und guck mal, wer da ist. Bilu, Bilu. Und der Kurze. Juhu, guten Morgen. Hast du heute ein paar Boote abgeschickt? Auf wen hast du? Intang-Vilam, United. Immer wieder cool, auch mal die Motzen echt zu sehen, Leute. Das sind die Jungs halt, die hinter den Kulissen alles machen. Da hinten sind auch sie waren. Weil ich so viel mache, Alter. Sehr nice. Freut mich auf jeden Fall. Cool. Der sieht gerade auf. Eindehofer da, in die Ohrlei. Abo. Und rein. Wie grabst du das hier? Du machst deine Hand da rein. So, oder? Das rincht gleich. Nee. Komm bei mir essen, Bro. Nee, genau so. Ich hab was nicht gut. Ich war gut. So, wir sind jetzt am Wilmi. Wie machst du auf der Straße? Was geht ab, Berlin? Was ist uns mal bei... Wollwort. Wo? Wollwort. Wollwort. Ja doch, so ist es. Genau so. Watten wir Masken? Halloween-Masken? Halloween. Ja, ja. Halloween-Masken gar keine mehr. So, wir sind jetzt bei Kachstadt. Hier spukt es dann auch mal gewaltig. Wann gibt es denn keine Masken, hä? Wir laufen hier nackig raus. Ohne Masken, mit Lichts in der Hand. Ja, gar nichts. Meine Hände sind leer. Merkt ihr selber. FNCS. Viel Spaß. Schaut mal, Leute. Bilu Bilu. Neben Timo Abe und neben Jonathan Abe. Das ist Bilu Bilu. Dann versteckt er sich. Zinan Kurt auch am Start. Ah ja. Roten Beats. Haare wie Gilt unten unter der Kette. So, so ver... So ver... Verschleimtes Ding. Rot Ohrringe. Ha, ha, ha. Wenn du jetzt schon mal drei Tore gemacht hast, zwei Kontakte. Nee, nee, das zählt nicht. Zwei Kontakte. Ja, er zählt nicht. Da macht der alles kaputt. Medus lauf auch drin. Zwei Kontakte. Nee, roll. Zwei Kontakte. Ohne Oberschenkel, ohne Kopf. Sind die Regeln. Drei Fehler, heißt Rauschnitzer. Ich muss noch ein Endgame zu Ende gucken. Das ist Eddie in Ruhe. Markus Rashford trifft. Niemal noch einer. Und wenn du so kriegst... Und dann... So wie letzte Woche. Ciao. Wir gucken nach vorne. Oh, ein Feini. Leute, unsere Kostüme sind fertig. Dann haben wir zwei, die ehrlich verkleidet sind. Der sieht aus wie ein Mörder. Median auch ein nice Kostüm. Oh, ein Bad Boy. Wie er Epp und liebt. Ja, Leute, das bin ich heute. Ja, ich bin auch ein Bad Boy. Das ist ja so. Das merkt er selber. Mh-mh. Meduslav sieht plötzlich aus wie einer, der auf den Halloween-Fete geht. Ja, so. Kunstblut-Twitch. Keine Angst. Äh, Lü. Äh, Lü. Und da benutzt dann vielleicht doch ich mal mein Polizeikostüm. Passiert das. Ist cool. Ist cool. Was geht, was geht. Dann kannst du draußen ein bisschen Luft schnappen. Schlange geht immer noch bis zum Arsch. Es riecht gerade ein bisschen. Das ist so Quatsch, Digga. Das ist so Quatsch. Ich rieche auch. Ich rieche ein bisschen mit denen zum Kommunizieren. Und zwar waren die schon im letzten Vlog. Die haben von uns Fotos gemacht. Ihr erinnert mich? Kameramann Nummer 1. Und euch haben Mädchen gesnitscht. Don't trust these hoes. These hoes ain't loyal. Die haben sie gesnitscht. Ich bin drin. Ich bin drin, weiß ich, Freunde. Ich bin drin, weiß ich, Freunde. Aber zeig kurz dein Make-up. Er hat es so viel gegeben. Warte kurz. Er ist drin. 4, 3, nicht. Was machst du jetzt? Bruder, das ist die Frage, Digga. Deswegen habe ich dich ja geholfen. Hältst du die Bruder im Schlicht, oder gehst du rein? Andere Sache, gönnt ihr ihm vielleicht diesen Abend? Nein, nein, wir gönnt ihm ja. Er soll rein, sag ehrlich. Ich soll, Digga. Ich kann nicht ohne meine Brüder, Digga. Das ist für mich auch. Haut rein, Siff, du bist der Beste in mir, wirklich. Siff, er hat einfach Puffi gegeben, weil wir in den Club nicht reingekommen sind. Ich würde sagen, sie zum nächsten Club. Siff, Mann. Siff, Mann. Ich kenne dieses Gefühl, Jungs. Ich kenne dieses Gefühl. Siff, Siff, ist der Beste, Jungs. Ich habe kurz eine Information. Die Uhr wurde gerade von 2 auf 3 Uhr gestellt. Nein, andersrum. You love who I am. Bei GH3 ist der Buzz-It to the dance. Pipe me out like a light, yeah. Like a light, yeah. Like a light, yeah. Schlepp, do the fight, not for the night. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Willi, jetzt komm mal in mein Bett. Du sagst, du brauchst dich nicht schämen. Willi. Ich wohne jeden Tag auch ein Rottag. Willi. Nein, warte. Das kommt noch. Warte. Du sagst, du brauchst dich nicht schämen. Ich wohne auch jeden Tag einen Rottag. Ja, mit Oliven. Ja, ja. Und nimm sie im Arm. Warte. Du hast einen Schlag. Ja, ja. Aber nee. Jetzt liegt sich in mein scheiß Bett. Ja, okay. Willi, will Naruto gucken. Naruto-Session. Naruto-Leiter. Ja, ha, 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 ha. Warte, mach jetzt den Tape ab. Man wird joggen. Warte, nicht, dass er umknickt. Wäre unnötig jetzt. Ich zeig's dir selber. Auch, warum mein Essen ausprobiert. So, ich ziggere zwar, dass ich das hier ab. Und wenn er vielleicht fresse. Ich hab keine Lust mehr weiter zu filmen. Deswegen, beendet den Vlog, Leute. Lasst einen Namen da. Lasst einen Like da. Wuuu. Paulana Spezi. Das sieht ein bisschen verkehrt aus. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Little TJ. Äh, ja. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr bis zum Ende geguckt habt. Kultur. Und schreibt mal, was 2x2 plus 4 ist. Acht. Spoiler. Wuuu. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn es wieder heißt. Du willst mich mitnehmen. Komm vorbei, wenn du mich brauchst. Ich bin jetzt 18. Leute, ich weiß nur nicht raus. Ich bin dein Wingman. Check mit KZ. Aber zum was willst du mich drehen? Mit den Wigeln kann ich mich einbauen. Oh mein Gott. Super. Yeah. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn es wieder heißt. Du willst mich mitnehmen. Das wäre schon cool. Wieder First Strike. Nein, schlecht. Nein, schlecht. Dritte Mal. Scheiße, ne.